Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch ein Produkt vorstellen, worauf ich auch schon wirklich sehr, sehr gespannt bin. Und zwar habe ich ein Paket von Celina Blush bekommen. Und ja, dieses Produkt ist auf jeden Fall, wenn es klappt, ein richtiger Helfer für den Alltag, damit man nicht mehr geschminkt ins Bett gehen muss. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal das Produkt und ganz viel Spaß mit dem Video. So sieht das Paket aus, wenn ich es aufgemacht habe. Und ich habe hier eine kleine Karte, wo drauf steht Dankeschön. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr, geschminkt ins Bett zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß mit deinem Make-up-Radierer und freuen uns über deine Bewertung. Liebe Grüße, Anna. Also die Anna hat das Paket für mich gestaltet. Und ja, es handelt sich um den Make-up-Radierer. Und viele denken sich jetzt bestimmt, was ist ein Make-up-Radierer? Und genau das habe ich auch gedacht. Und das zeige ich euch jetzt mal. Und ja, das ist der Make-up-Radierer. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das funktioniert. Und zwar ist das ein Make-up-Radierer, der nur mit Wasser Make-up wieder entfernen soll. Und das soll ganz, ganz einfach gehen, indem man dieses Produkt hier in Wasser eintunkt und damit sich abschminkt. Ja, das ist der Make-up-Radierer. Das ist einfach so ein klitzekleines Mini-Handtuch, was sehr, 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 sehr flauschig ist. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, ob das Ganze jetzt funktioniert. Ich mache mit euch den Live-Test. Und ja, es fühlt sich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr weich an. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt auch direkt mal an. Ich habe mir hier jetzt eine Schüssel mit Wasser vorbereitet. Und ja, ich bin wie gesagt schon sehr gespannt. Und ich zeige euch jetzt, ob das Ganze funktioniert. Ja, meine Lieben, ich würde sagen, mein Make-up ist entfernt. Und schaut euch mal diesen Radierer an. Ihr seht, es ist auf jeden Fall was runtergekommen. Es ist voller Mascara. Und wenn ihr das auch sehen könnt, ist auch Make-up drauf zu sehen. Und wie ihr seht, hat es wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ich bin super begeistert. Dieses Gefühl auf der Haut ist auch wirklich sehr, sehr angenehm und sehr weich. Also es tut wirklich gar nichts weh. Und man muss kaum dran rumwischen, dass es überhaupt irgendwie abgeht. Und ja, ich bin super, super begeistert von diesem Produkt. Und ja, ihr seht selber, es funktioniert sehr, sehr gut. Und ja, das war es mit meinem kleinen Video. Ihr könnt das Produkt unten in der Infobox finden. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dort mal vorbeischaut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir doch gerne euer Feedback in den Kommentaren da. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich auch sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr mich noch nicht kostenlos abonniert habt, könnt ihr das auch gerne tun. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!